Bitte lass mich einen Foodporn drehen. Wieso bist du nicht nackt? Guten Morgen Leute, es ist 7 Uhr auf Bali und einige von euch können sich bestimmt noch an Spanien erinnern von unserem Jakobsweg, wo es um 7 Uhr einfach noch stockdunkel war. Und hier, naja, scheint schon fast die Sonne. Es ist hell, wir müssen nicht die Taschenlampen anmachen, nicht einen Schal anziehen, weil es zu kalt ist. Auf jeden Fall, der Grund, warum wir so früh aufstehen, wir wollen auf dem U-Boot Market endlich mal Gemüse kaufen. Unser Kühlschrank ist nämlich komplett leer und dann mal wieder was kochen. Seit Tagen verspüle ich nämlich langsam Hunger. Also ich habe schon zwischendurch was gegessen, aber es waren halt immer nur Mikroportionen und dann war ich satt und dann hat es mir auch gereicht. Und jetzt scheint aber meine Krankheit zu verfliegen und ich möchte wieder leben. Und dann steht er noch ihr Leben auf dem Bett und dann machen wir uns gleich los. Und so schnell geht's, schon sind wir auf dem U-Boot Market. Und die fangen schon an einzupacken, also sind wir anscheinend noch zu spät. Und es stinkt hier so krass. Neben mir ist eine Rühnerfarm. Es stinkt wie Hölle. Tampi! Drei Stück? 5000. Du hast das Geld, oder was ich dir vorhin zugeschoben habe? 1.000. 3.000. 7.000. 16.000? 15.000? Ja. Und wie pasóst? 2.000. Haben wir nicht drauf geachtet? 42.000. 42.000. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist unsere Ausbeute vom Markt. Ich konnte da nicht so richtig filmen, weil es war extrem voll und nass und ich fühle mich dann immer ein wenig eingeengt in meiner Freiheit. Auf jeden Fall haben wir für den ganzen Kram irgendwas weniger als 100.000 bezahlt. Wir wissen es nicht mehr so genau. Wir waren im Kaufrausch. Was wir damit jetzt anstellen, seht ihr gleich, bleibt einfach dran. Das einzig doofe ist, dass ganz viele Sachen in Plastik eingepackt sind und wir wollten eigentlich versuchen ein bisschen Plastik zu vermeiden. Aber bei manchen Sachen wie zum Beispiel den Süßkartoffeln geht das gar nicht, weil die sind total sandig. Die würden unsere ganzen Taschen sandig machen. Und ja, sowas wie Edamame und so weiter. Das haben wir in einem Supermarkt gekauft. Und ansonsten war der Markt eine erfolgreiche Besichtigung gewesen. Und ansonsten war der Markt. Und ansonsten war der Markt. Und ansonsten war der Markt. Reis fertig, Kartoffeln fertig, Champignons fertig. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade gefilmt habe, aber ich probiere mich aus. Mal gucken, wie es wird. Ich mache jetzt noch den Feinschliff. Ja, würzen kann ich überhaupt nicht. Ich hocke vor dem Tisch, weil ansonsten ist es zu dunkel für die Kamera. Auf jeden Fall sieht das Ergebnis zum Schluss so aus. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Wir lassen es uns auf jeden Fall jetzt schmecken. Egal, ob es schmeckt oder nicht. Und dann zeigen wir euch noch kurz den Rap-Abend mit Is Happy. Ich habe keine Ahnung. Treffer hat mir an, wie es schmeckt.